Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge for the people. Dieses Video stammt auch aus dem Livestream, den ich mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Alter Schwede. So, Emma Dormer, Ergänzung 1. Als der AIS. Bei der AIS ist eine Erklärung von der Ehefrau des Ermordeten eingegangen. Der vollständige Text ist beigefügt. Sehr geehrte Genosse Chester, Sie sind der Einzige, an den ich mich nun wenden kann und dem ich meinen Schmerz anvertrauen kann. Stellen Sie sich vor, ich, eine anständige Kommunardin, der GOVK, ehrlich ergeben, erfuhr über einen fürchterlichen Fehler, den mein geliebter Mann begangen hat. Er hat mich mit der verdammten Emma betrogen. Alle haben vermutet, dass sie so ein Luder ist, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich mein geliebter Rudolf mit ihr den Gelüsten hingeben wird. Es ist doch immer ein anständiger Familienmensch und sorgender Vater gewesen. Und ich habe ihm vergeben, weil meine Liebe grenzenlos war. Ich habe ihn zu ihr geschickt, um sich von ihr zu trennen. Ich habe zu Hause gewartet und das Abendessen zubereitet. Aber er ist nicht zurückgekommen, verstehen Sie? Am Morgen habe ich erfahren, dass er grausam ermordet wurde. Und ich bin überzeugt, dass dies Emma Dormer war. Sie hat ihn aus Rache umgebracht. Sie konnte nicht verwinden, dass ein solch wunderbarer Mann nicht mehr mit ihr zusammen sein wollte. Helfen Sie bitte, diese Frau zu bestrafen. Sie ist eine Mörderin, sie treibt Unzucht, sie zerstört Familien. Jetzt nicht schlagender Hinweis gedingen Sie, Bumsi. Ergänzung 2. Bei der AIS ist eine gemeinsame Erklärung der Ehefrauen aller drei Ermordeten eingegangen. Der vollständige Text ist beigefügt. Sehr geehrter Genosse Chester. Genosse Oberst, zu unserem großen Bedauern wissen wir nicht, an wen wir uns noch wenden können. Aber wir hoffen, dass wir unseren Brief an denjenigen weiterreichen, der diesen Fall untersucht. Ich, Gertrude Fischer, habe meine eigene kleine Ermittlung durchgeführt. Und es stellt sich heraus, dass meine Freundin Nathalie Snyder und Helga Rutt bei ihren Männern ein merkwürdiges Verhalten bemerkt hatten. Sie waren sich nicht sicher, ob ihre Gatten sie betrügen würden. Aber nun wurde es leider offensichtlich. Allem Anschein nach hat diese Dorma sie aus demselben Grund umgebracht, aus dem sie auch meinen Karl umgebracht hat. Hochachtungsvoll Gertrude Fischer, Nathalie Snyder und Helga Rutt. Na doll. Warte, kurze Frage. Außer, dass die Frauen denken, dass ihre Männer sie betrogen haben, wissen das aber nicht, oder? Nö. Okay. Danke. Ergänzung 3. Auszug aus der Krankenakte Nummer bla. Patientin Emma Dormer, 21 Jahre alt. Eingeliefert in die Psychiatrische Klinik Nummer 1 am 18.02.1987. In stationärer Behandlung vom 18.02.1987 bis 18.04.1987. Mit folgender Diagnose. Manisch-depressive Psychose. Laufende manische Episoden mit somatischen Symptomen. Eingeliefert vom Rettungsdienst, den die Mutter der Patientin gerufen hatte. Die Kommunadin berichtete von einem gefährlichen und inadäquaten Verhalten der Tochter. Es wurden bei ihr Schläge seitens der Kranken festgestellt. Die Spezialisten beschlossen kollektiv eine stationäre Einweisung. Lebensanamnese behauptete, fantasierte vermutlich, dass sie seit der Pubertät regelmäßig physischer Gewalt seitens der Mutter ausgesetzt war und mit Gleichgültigkeit seitens des Vaters konfrontiert wurde. Es wurde festgestellt, dass nach einer Fehlgeburt im Jahr 1986 starker emotionaler Stress auftrat, der Grund für die Entwicklung der Krankheit gab. Sie bestreitet die eigene Beteiligung an Schwangerschaftsabbruch. Sie bestreitet das Vorliegen psychischer Störungen bei ihr selbst. Nach der stationären Behandlung wurde sie in befriedigendem Zustand entlassen, steht unter Kontrolle. Okay. Ich möchte übrigens kurz hinweisen, dass da stand, dass sie behauptet, dass sie nicht an dem Schwangerschaftsabbruch beteiligt war. Das bedeutet, dass in dem Staat, in dem wir wohnen, das auch verboten ist. Ja. Also warum sollte das sonst dort zum Thema werden? Das heißt, sie war, Elag hat gerechnet mit 20 schwanger. Ja. Ja. Für das Protokoll, die Vernehmung wird durchgeführt von Lieutenant Brown, AIS, der Stadt Eisen 1. Es erfolgt eine Tonaufzeichnung. Kommunadin Dorma. Sie wissen, warum Sie hier sind? Ich bin anscheinend verdächtig. Für eine Aussage zu Mordfällen. Ja. Ja. Soweit uns bekannt ist, waren Sie mit allen Ermordeten bekannt. Können Sie die Art Ihrer Beziehung beschreiben? Naja, wir waren Freunde. Ihr Ehefrauen gebrauchen üblicherweise etwas gröbere Ausdrücke. Ich beschränke mich auf das Wort Geliebte. Nein, wir waren keine, ich war, nur, ach, verstehen Sie, das war nicht so wichtig. Sie kamen manchmal einfach, um zu reden, um Zeit gemeinsam zu verbringen. Wir mussten nicht miteinander schlafen. Haben Sie dafür irgendwelche materielle Vergütung bekommen? Ich bin keine Prostituierte. Ich habe nie von Ihnen Geld oder etwas Ähnliches verlangt. Aber Sie haben mir manchmal Sachen geschenkt oder mit irgendwas geholfen. Okay. Gut, sagen Sie, ist das wahr, dass Ihre Freunde sich mit Ihnen an jenem Tag treffen sollten, als die Taten begangen wurden? Schauen Sie mal, die Zeit der Treffen fällt ungefähr mit den Zeitpunkten des Mordes zusammen. Ja, aber Sie sind einfach nicht gekommen. Ich hatte keine Ahnung, was mit Ihnen war. Ich dachte, es liegt an den Ehefrauen. Hatten Sie irgendwelche Konflikte? Nein, ich denke nicht. Sie waren immer höflich zu mir. Sie weichen der Frage aus. Ich fühlte keinerlei Abneigung gegen Sie, wenn Sie das meinen. Sagen Sie bitte, gibt es jemanden, der bezeugen könnte, dass Sie sich zur Zeit der Morde an einem anderen Ort befanden? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht? Eine Antwort würde sowohl uns als auch Ihnen helfen. Warte, Entschuldigung. Entschuldigung, vielleicht der Barkeeper. Ich war häufig in der Bar. Sehen Sie, dank Ihnen werden wir ihn auf jeden Fall befragen. Gibt es weitere Informationen, die Sie uns mitteilen möchten? Ich glaube nicht. Vielen Dank für die Hilfe. Damit beenden wir die Vernehmung für das Protokoll. Die Vernehmung wurde durchgeführt von Lieutenant Brown, AIS, der Stadt Eisen 1. Ende der Tonaufzeichnung. Okay. Anna Turner. Okay. Ärztliche Bescheinigung über kommunalische Fürsorge. Die vorliegende Bescheinigung bestätigt, dass Anna Turner, geboren am 8.06.1963 im spezialisierten Gebietskinderheim Nummer 1 der Stadt Eisen 2, für Kinder mit organischen Schädigungen zentralen Nervensystems und Störungen der Psyche in vollständiger staatlicher Fürsorge untergebracht war. Eingewiesen ins Kinderheim Nummer 1 am 24.11.1973 auf Beschluss einer Kommission nach psychopathologischer Untersuchung. Die Spezialisten berücksichtigten die starke emotionale Erschütterung aufgrund des tragischen Todes der Eltern sowie eine Reihe von Panikattacken, die später bei der Interaktion mit Männern höheren Alters bemerkt wurden. Die Mutter der Minderjährigen starb an inneren Blutungen, festgestellt im Laufe der Obduktion. Der Vater der Minderjährigen starb infolge einer akuten Alkoholvergiftung. Was ist denn in unserem Staat los, dass wir da so unendlich viel Gewalt in den Familien haben? Weil die Familie, die sie adoptiert hat, sind ja die Eltern von Emma Turner, die ja wiederum auch gequält worden ist von ihrer Mutter. Ja, also irgendwie ist hier was durcheinander. Anlage 4. Achso, nee, das war die Information mit Schmuckstücken. Diese Gegenstände wurden von den Ehemännern Adoptivmutter der Kommundarin Turner angefertigt. Die Verdächtige behauptet, dass sie diese an einen Spekulanten verkauft habe, der ihr Geld für die Beerdigung ihrer Mutter fehlte. Sie arbeitet im städtischen Krankenhaus. Sie hatte gute Empfehlungen, ist Mitglied des Amateurruderclubs. Ja, also das war die Bescheinigung. Nun, Ergänzung. Moment. Anlage 4. Die Bescheinigung hatten wir jetzt gerade. Anlage 4. Auszug 1 aus der Akte zum Selbstmord der Leslie Turner. Die Ermittlung nimmt an, dass der Selbstmord aufgrund einer Reihe persönlicher und beruflicher Misserfolge geschah. Die Befragung einer enger Freunde und Verwandte hat ergeben, dass die Kommunardin Leslie Turner nach dem Posten des Leiters der Stadtkomitees von Eisen 1 strebte, wobei sie eine Niederlage erlitt. Außerdem betreute sie einige Frauen mit dem Ziel ihrer Beförderung auf hohe Posten. Allerdings wurden die Posten, die von den Kommunardinnen Jane Wood, Marcy Royce und Clary Royman eingenommen werden sollten, mit den Kommunarden Arnold Snyder, Karl Fischer und Rudolf Rutt besetzt. Das sind die Ermordeten. Wollte ich auch gerade. Das sind die Ermordeten. Auszug 2 aus der Akte zum Selbstmord von Leslie Turner. Im Verlauf der Ermittlungen wurde die Tatsache bemerkt, dass kurz vor dem Tod der Kommunardin Leslie Turner der Kommunarde Hans Weber, Anwärter auf den Posten des Leiters des Stadtkomitees, infolge einer schweren Erkrankung im Krankenhaus verstarb. Verbindungen zwischen diesen Vorkommnissen wurden nicht festgestellt. Es wurde gefolgert, dass dies ein Zusammenfallen der Ereignisse ist. Materialien vorgelegt vom Genosse Karl Strasser, Ermittler im Fall des Selbstmordes der Genossin Leslie Turner. Vernehmung. Vielleicht war das gar kein Selbstmord. Okay, Vernehmung. Für das Protokoll. Die Vernehmung wird durchgeführt von Lieutenant Brown, AIS der Stadt Eisen 1. Es verfolgt eine Tonaufzeichnung. Kommunardin Turner, Sie wissen, warum Sie hier sind? Ja, für eine Aussage. Für das Protokoll. In welcher Sache? In der Sache der Morde an den Parteifunktionären. Danke. Kommunardin Turner, sagen Sie bitte, wo Sie an den Tagen der Woche der Morde waren. Ich war zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Das weiß ich leider nicht. Sagen Sie bitte, ob Sie die Opfer gekannt haben. Ich kannte sie nicht. Nur meine Mutter hat einige Male ihren Namen erwähnt, da sie von der Arbeit erzählt hat. Mein Beileid. Hier, nehmen Sie das Taschentuch. Ja, danke. Vielen Dank. Können Sie bitte genauer sagen, worüber sie gesprochen hat? Wie Sie wahrscheinlich wissen, wurden vor kurzem umfangreiche personelle Veränderungen im Zusammenhang mit der Politik des neuen Kurses durchgeführt. Meine Mutter unterstützte Kandidatinnen für einige Parteifunktionen, aber sie wurden nicht genommen. Gut, können Sie erzählen, wie die Ihnen gehörenden Schmuckstücke in die Nähe der ermordeten Opfer kamen? Ich habe sie einem Aufkäufer von Antiquitäten verkauft, weil mir Geld für die Beerdigung fehlte. Aber wer sie dann bekommen hat und warum er sie am Tatort zurückgelassen hat, weiß ich nicht. Tut mir leid. Erzählen Sie etwas über diesen Ankäufer. Wie sah er aus? Wie haben Sie ihn getroffen? Was wissen Sie über seinen Aufenthaltsort? Ich habe ihn zufällig kennengelernt. Auf dem Markt. Ein mittelgroßer Mann mit dunklen Haaren und glatt rasiertem Gesicht. Er fragte zurückhaltend, ob ich nicht etwas Geld verdienen möchte. Und ich brauchte gerade Geld. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Vielleicht haben Sie irgendeine Information, die nützlich sein könnte? Warte, wo bist du gerade? Verzeihung, ich sehe es gerade nicht. Achso, da unten. Nein, ich denke nicht. Entschuldigung. Das macht nichts. Danke für Ihre Hilfe, für das Protokoll. Die Vernehmung wurde durchgeführt von Lieutenant Brown, AIS, der Stadt Eisen 1. Ende der Tonaufzeichnung. Könnte es auch sein, dass irgendjemand versucht, dir was in die Schuhe zu schieben? Ja. Ja. Also momentan habe ich den Eindruck, es sind viel zu viele große blinkende Pfeile, die auf Sie zeugen. Ja. Aber so richtig ins Sturzen gekommen bin ich jetzt eigentlich, weil irgendwer sie total zufällig auf der Straße angesprochen hat und gefragt hat, ob sie sich nicht Geld verdienen will. Also wie kommt man dazu, irgendwen anzusprechen? Also verstehe ich nicht. Und eine Sache ist auch krass. Eine Sache ist wirklich krass. Diese Geschichte mit ihrer Mutter. Sie hat angestrebt, statt Kommissionsdingen zu werden. Sie hat versucht, in der Partei Leute nach oben zu bringen. Und das kam alles während der Zeit, wo es diese Politik der Verjüngung gibt. Und gestorben? Nee. Ihre Adoptivmutter. Es ging hier um ihre Adoptivmutter. Ergänzung. Genossin Leslie Turner. Wie war das denn nochmal? Ihre Adoptivmutter ist doch Leslie Turner. Und die ist doch vor nicht allzu langer Zeit, hat die Selbstmord begangen, oder? Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Bin total verwirrt. Aber ihre leibliche Mutter ist ja schon lange tot. Ja, genau. 73. Also vor 15 Jahren. Könntest du kurz nochmal... Also ist die Emma Dormer nicht ihre Stiefschwester? Ihre Stiefschwester? Wie kommst du drauf? Ich hab keine Ahnung. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es auch gerade nicht. Bin gerade verwirrt. Wahrscheinlich ist das gerade Quatsch. Okay, aber mal unabhängig jetzt davon, in welchem Verwandtschaftsgrad die jetzt stehen. Es wirkt irgendwie ganz schön konstruiert in ihre Richtung. Ja. Ja, total konstruiert in ihre Richtung. Ja, ich denke auch, dass Anna Turner hier irgendwie... Jemand wollte diese Parteifunktionäre loswerden. Und Anna Turner ist super als Sündenbock. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, wenn wir es zumachen. Ich spekuliere übrigens, dass Emma Dormer es gewesen sein könnte. Weil vielleicht ist sie eine Spionin, von wem auch immer, und hat versucht, die auszuhorchen. Oder irgendwer anders war es, damit sie ihr nichts erzählen. Weil sie ja immer mit den Herren geredet hat. Ja. Ja. Ja, ja. Ich hab noch einen Verdacht. Und den will ich mir kurz mal... Den will ich mir mal kurz angucken. Ähm, nee, nicht hier. Auch nicht hier. Hier. Ähm, wenn wir... Also ich hab gehört, dass du geklickt hast und irgendwas gesucht hast. Aber das wurde mir nicht angezeigt. Nun weiß ich nicht, wo du bist. Ich bin bei YouTube und guck mir unsere alten Folgen an. Ach. Deswegen. Ja. Ähm. Und ich will herausfinden, an welchem Tag wir die Frau getroffen haben. Weil mich beschleicht nämlich der Verdacht... Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vor... Wir hatten sie doch an dem einzigen Tag getroffen, wo kein Mord geschehen ist. Ja, genau. Haben wir sie wirklich am 14. getroffen? Ich glaube, dass wir uns da zumindest häufiger drüber unterhalten haben, dass es genau der eine Abend war, wo niemand gestorben ist. Ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Okay, machen wir zu und gucken mal, was wir haben. Hm. Nun? Was denkst du? Ich denke, wir sollten Anklage erheben gegen... Puh. Oh Mann. Ja. Also weiter ermitteln, ja. Aber gleich Anklage erheben? Tja. Okay, Ausschlussverfahren. Ja. Ich fange an mit der leichtesten Lösung. Ich finde Ronald Ryan nicht verdächtig. Also es ist ein komischer Kauz, aber ich glaube, der poltert einfach raus und fühlt sich von Politikern im Stich gelassen. Und ich glaube aber nicht, dass er morden würde. Und die Blutspuren an seinen Klamotten waren auch von ihm. Er hat sich an dem Abend geprügelt. Ich glaube aber nicht, dass er der Mörder ist. Also weil die vier Morde, oder die drei Morde, das wirkt doch alles zu geplant und das traue ich ihm irgendwie nicht zu. Ja. Okay, Edelhack hat eine Abstimmung gestartet. Nehmt gerne alle dran teil. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Wer es war. Ronald Ryan würde ich auch ausschließen. Walter Weiße klingt für mich, als ob das jemand ist, der deswegen unter Anklage steht, weil er nervig ist im Werk. Genau. Aber es ergibt sich jetzt für mich auch nicht, dass er jetzt deswegen Politiker umbringen würde. Und es ergibt sich auch nicht für mich, warum er Schmuckstücke hinterlässt. Ja. Geht mir genauso. Sind wir bei den beiden Frauen? Anna Turner und Emma Dormer. Anna Turner besaß die Schmuckstücke und hat sie verkauft. Nach eigener Aussage. Und sie hat uns den Mann beschrieben, der ihr die Schmuckstücke abgekauft hat. Aber auch das war irgendwie mysteriös, weil irgendwer sprach sie auf der Straße an, ob sie denn nicht was verkaufen wolle. Dann hätte er ja erst mal wissen müssen, dass sie überhaupt irgendwas hat, was verkauft werden kann. Das weiß ich nicht. Das fand ich ein bisschen veranscheinig. Ja. Also. Jetzt kommt hier wieder Paranoidität durch bei mir. Okay. Ich bin gespannt. Es gibt eine Stimme für Emma. Ja, Edelack, du warst wahrscheinlich der Einzige, der abgestimmt hat. Ähm. Also. Ich denke, es ist Emma, weil, selbst wenn sie nicht den Antrieb gehabt hätte, das zu tun, ist es so, dass sie psychisch krank ist, Psychosen hat, die nicht lange zurückliegen. Sie war in der Psychiatrie vor 15 Monaten. Sie war in der Psychiatrie. Und der Arzt hängt mit der, mit den Chesters mittendrin. Mh. Oha. Interessanter Gedanke. Warum nicht hochgestellte Parteifunktionäre ausschalten, um die Macht zu festigen? Weil mein Problem ist halt, sowohl bei Emma Dormer als auch bei Anna Turner fehlt mir ein klein wenig, also das Motiv ist halt bei Anna Turner, ihre Mutter, die Selbstmord begangen hat, hat schlecht über diese Männer gesprochen, aber Anna ist fertig mit der Welt. Weiß ich nicht, ob sie sowas getan hat. Emma Dormer, der nehme ich das ab, dass sie mit denen gesprochen hat, dass sie Anlaufstelle war, dass sie mit, dass sie vielleicht auch Sex hatte, ja mein Gott, aber diese Männer, dass sie ihnen etwas geboten hat, was sie zu Hause nicht bekommen haben. Es, es erschließt sich mir nicht, warum Anna Turner Schmuckstücke hätte liegen lassen sollen. Es erschließt sich mir nicht, warum Emma Dormer Schmuckstücke hätte, äh, dort, äh, liegen lassen sollen. Eine schlüssige Möglichkeit wäre, und da kommt dann die Paranoidität ins Spiel, dass man Schmuckstücke dort hinterlässt, um eine Spur zu Anna Turner zu legen, Emma Dormer benutzt, um diese Leute umzubringen. Egal, ob wissentlich oder unwissentlich. Richtig. Um, 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 sicher zu gehen, dass eine von beiden verknackt wird. Naja, also um, dass irgendwer verknackt wird, damit man nicht auf die, äh, auf die Hintergeschichte kommt. Also auf die Geschichte dahinter. Aber es ist, es ist halt wieder ein, 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 äh, beautiful mind Moment, den ich hier gerade, äh, 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 sage. Ja, aber die Momente haben uns bisher durch dieses Spiel gebracht. Insofern halte ich das gar nicht für so abwegig. Und stimme auch für Emma. Das heißt, von drei Leuten, die abgestimmt haben, stimmen drei für diese Frau. Also nehmen wir Emma. Mhm. Ich bin gespannt. Gut. Achso, du bist das. Gut, ich gebe das an die AIS weiter. Ich weiß nicht, ey. Okay. Wir sind fertig. Ich bin fertig. Mit dem Tag. Ja, ich auch. Der 20. September hat sich ganz schön gezogen. Auf jeden Fall. Das waren jetzt, äh, zwei Stunden 20. September. immer. Ja. Puh. Ja, also, ähm, ich weiß jetzt nicht, was, die Ressourcen werden nächstes Mal interessant, äh, wie diese Mechanik funktioniert, haben wir immer noch nicht richtig rausbekommen. Oh, Mann, ey, es ist so viel los. Zwischenzeitlich hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl, dass wir on top von Sachen sind, aber überhaupt nicht. Nee. Nee, sind wir nicht. Es kommt halt immer irgendwas Neues. Mhm. Und jedes Mal bringt es bei mir meinen Gedankengang durcheinander. Also, nicht jedes Mal, Ja, also, diese Chesters sind aber auch wirklich krass. Also, das ist halt, dass wir jetzt auch so drauf gestoßen wurden und dass wir jetzt Ermittlungen machen. Ich bin auch neugierig, was dabei rauskommt, ob wir da die richtige Entscheidung getroffen haben. Und unser Geld ist knapp, die Zustimmung mit der Partei ist gesunken. Also, ich glaube, wir haben uns an sich an diesem 20. September gar nicht so dumm angestellt. Nee. Wir haben viele Sachen gemacht, die die Bevölkerung irgendwie auch gut findet. Wir haben viele Pluspunkte gesammelt. Also, im Grundsatz bin ich zufrieden und bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit Emma Turner und der Mordaufklärung. Das war's erstmal für diese Folge von For The People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like, da schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv slash andere Lampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss! Ich bin Ich bin